Oh mein Gott, ey, Gulatsch. Was mache ich hier? Ich habe gar nicht geguckt, ob es da oben noch weitergeht, aber ich schätze mal nicht. Und wenn, dann ist das jetzt auch egal. Tja, wir werden noch ein bisschen hierbleiben müssen. Gott, das hängt so schön an zu hallucinieren, ey. Wie spät? Es ist noch früher morgen. Und eigentlich genau der richtige Tag, um abzuhauen. Aber es geht nicht, wir sind beide völlig unterkühlt. Ich hoffe, ey, wo gehe ich denn da lang? Hier irgendwo querfällt ein, das ist doch scheiße. Oh mein Gott. Kann ich sie aufs Bett legen hier? Okay. Pass auf. Ähm. Feuer. Ich habe keinen Brandbeschleuniger mehr. Das ist aber blöd. Zum Glück bin ich hier drinnen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe echt keinen Brandbeschleuniger mehr. Hä? Ist ja so schnell aufgeworfen. Verdammt. Brennstoff hinzufügen. Okay, zwei Stunden. Immerhin. Hier, Klamotten daneben legen, bitte. Ablegen. 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 So, ich kann auch nichts anderes machen, außer mich daneben legen. Doch, ich kann, ich kann mal was garen. Und zwar Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich ihr Kaffee geben kann, aber ich glaube nicht. Ich würde ihr gerne Kaffee geben. Shit. Ähm. Wasser. Schnee schmelzen. Wir warten die Stunde. 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 Wie sieht's aus? Oh shit. Immer noch nass. So ein Mist. Ich sollte den Kaffee trinken. Keine Leiden. Bis bei 60%. So ein Mist. Ich hatte hier vorhin irgendwo Äste gesehen. Komm, wir gehen zurück. Es wird zu kalt. Es ist einfach zu kalt für mich. Ich erfriere hier mir. So, es ging so gut los. Und jetzt haben wir eine Person mehr und schon wird's kritisch. Das ist ungünstig. So, Brennstoff hinzufügen. Das ist nicht so lange alles. 49%. Ich sollte mir mal... ...den Schlafsack da hinpacken. ...er Schöpfung verringert. Die Kagehose. Braucht noch ein bisschen länger. Ich schlafe nur eine Stunde. Jetzt geht's Feuer aus. Ah, aber es... Oh, das ist gut. Oh Mann, es wird dunkel. Noch 25 Minuten. Sie ist bei 74%. Ähm, ich glaube, wir gehen. Das ist das Beste, wenn wir gehen. Ich schau mir jetzt mal ein. Erfrierungsrisiko. Warum ist das Erfrierungsrisiko so hoch? Ähm. Aber ich hab doch Handschuhe an. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie sieht's aus bei ihr? Okay. Wir müssen jetzt leider los. Hilft alles nix. Sie ist recht fit. Ich bin recht fit. Rennen geht nicht. Geht aber nicht. Ich kann nicht mal einen Stock aufheben. Verdammte Kacke. Wir liegen auch noch Koffer rum. Bitte lass das den richtigen Weg sein. Ich möchte nicht den ganzen Weg zurück gehen. Ich will nicht den ganzen Weg zurück gehen. Ach, du ahnst das ja nicht. Oh mein Gott. Wer ist denn hier rüber gekommen, bitte? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich hätte speichern sollen irgendwo. Vielleicht hier. Episode 3. Neues Spielstand. Story Modus. Was weiß ich. Nenn's jetzt 3 hier. Ich will jetzt hier nicht. So. Keine Ahnung, wo ich hier lang geh. Kommen wir denn hier lang. Ach Gott ey. Das ist ja. Wenn ich jetzt nicht eine Hütte finde. Mit Brennholz. Ordentlich. Ja. Im Flugzeug war so viel Zeug. Ja gut. Essen habe ich auf jeden Fall noch was dabei. Getränke kann man sich machen. Was ist jetzt? Wenn ich denn genügend Brennzeug finde. Hä? Wo klingelt das denn? Sehr viel Brennzeug hier. Ähm. Warte mal. Ablegen. Platzieren. Du bist jetzt sicher. Ich bin hier. W-w-w-was? Hallo? Ich wieder. Was? Wie, wie wusste ich, dass ich hier war? Party Line ist ein lustiges Ding. Alle Telefonen gehen auf jeden Telefon in der Region. All I have to do is wait for you to pick up. Ähm. Was do you want, Molly? Das klingelt überall. Ja. Ich sah, dass du einen Survivor gefunden hast. Hä? Du spielst auf mich? Just watching. Curious. Vielleicht hilft die uns mal? Ja. Willst du mir erzählen, was mit deinem Mann passiert? Ist die bescheuert? Ich gehe zuerst. Du hast mich über meinen Mann gefragt, als wir in der Haus waren. Nicht viel zu sagen, wirklich. Er ist tot. Ich bin tot. Sorry, wenn das so hart klingt, aber... Du seien nicht zu großartig über das. Ich bin nicht. Ich glaube, er ist derjenige im Bausthof. Hast du ihn töten? Du sagst mir. Er ist failing, zu helfen, jemanden das gleiche als töten zu töten. Was? Ich glaube, das ist auf die Umstände und die Intente. Jetzt klingt wie ein Verwalt. Hast du ihn töten? Die Wolfe töten ihn. Aber meine Intente war, für ihn zu sterben. Aha. Schön. Interessant. Anstatt sie uns mal hilft. Die bekloppte Alte. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. 3,6 Liter Öl. Pass auf. Folgendes. Äh... Wo haben wir denn hier? Ablegen. Aktion. Auffüllen. Gute Frau. Wo liegt... Achso, nicht das schnell. So. Wir werden hier bleiben, die Nacht. Ich sammle Holz. Gibt's hier noch mehr Holz? Zumindest mehr, was ich aufsammeln könnte. Das ist ein Boot. Da ist noch ein Koffer. Ja, ich weiß nicht. Das Leder könnte ich gebrauchen. Kampfhose. Verstauchungsrisiko ist groß. Okay. Nun gut. Feuer machen. So, ich hab nämlich hier jetzt Öl. Das ist hervorragend. Das ist doch schön, dass du dein Face again fühlen kannst. So, vier Stunden. Wie sieht's mit meinen Klamotten aus? Die sind alle okay. Kampfhose. Mission. Zerlegen. Reparieren. Die sollte länger halten, eigentlich, so eine Kampfhose. Jetzt bin ich bei 65%. Lass mal sehen. Eins, drei. Eins, fünf. Also, die ist... Ich glaub, die ist besser, ja. Schöne Musik. Oh ja. Anziehen. Ich bin nie zerlegen. Was ist denn da ein Wirt? Wir haben es ja keinen Unterschlupf. Ich dachte schon. Stein. Kann ich auch erstmal ablegen. Schlafsack. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben nicht mehr viel Flüssigkeit, ne? 50 Minuten bis zum Sch... Was, wie klar? 55 Minuten. Okay, ich schlafe eine Stunde. Eieiei. Oh nein. Ich glaube, es wird windig. Ich muss es nochmal? Okay. Wir fliehen ins Risiko geheilt. Das ist doch schon mal gut. Nehmen. Let's see, what's wrong here. Ja. Keine Leiden. Ähm, ja. Dennoch. Ich bin bei 30,4. Ich sollte selber mal was trinken, ne? 4 Liter, okay. Müsstest du jetzt eigentlich von alleine laufen können, oder? Wir schlafen mal zwei Stündchen. Ich weiß nicht, ob das Feuer noch hält dann. In der Nacht geht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber es ist, glaube ich, besser, weil wir unterkühlen hier sonst nur. Ich gebe nochmal was zu trinken. So, wie sieht's aus? Ich bin bei 31, irgendwas. Das Ding sollte ich wieder abstellen, ne? Glaube ich. Brennstoff. Ja, das ist alles toll. Plus 5 Kilo. Ich nehme es noch ein bisschen mit. Ja, wir müssen aber durch die Nacht wandern, wenn wir hier irgendwie vorwärts kommen wollen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Was ist der richtige Weg? Hier rüber? Über den Fluss? Ich bin sowas von falsch. Wie ist das so? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Lichter im Skye. Ich habe dich. Wir werden es machen. Könnte ich eigentlich wieder mitnehmen? Oh Gott, ey. Also, lange ich am Ufer gehe, ist ja okay, ne? Nicht, dass ich einbreche. Also, ich meine, wir sind ja jetzt doppelt so schwer. Scheiße, ihr toter. Sekunde mal eben. Niemand. Shit. Oh Mann, ey. Ach shit, jetzt hätte ich noch eben das eine Zedernholz da holen können. Wie sieht's aus? Plus 5, immer noch. Wo ist das Zedernholz? Das sind Entscheidungen, die könnten lebensrettend sein oder auch nicht. Oh fuck, ich kann die gar nicht so lange tragen. Oh, okay. Der ist so günstig. Scheiße. Ich höre, Wolf. Ei, 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 ei. So, soll ich da rüber gehen? Lass mal gucken. Hier Quertfeld ein wäre eigentlich der schnellste Weg, ne? Ja. Eigentlich. Wolf? We're not far now. Hank. Nothing bad about that sound. Wolf? Wait a minute. Easy. Go. 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 Bin ich verletzt? Ich will nicht auf sie schießen, nimm die Knarre weg. Temperatur technisch gar nicht gut. Karte. Da in der Ferne seh ich schonmal was. Immerhin, da muss ich jetzt bis dahin, muss ich durchhalten. Oh shit. Das ist fucking weit. Und der Wolf wird sich schon an der Ferne gehen. Bitte Wind, lass nach. Oh please. Oh mein Gott. Alles so schöner Sternenhimmel. Das sieht auch schön aus, wie das Flugzeug da im Hintergrund brennt. Ach guck mal. Mir wird es jetzt schon weg. Scheiße. Guck mal. Alles klar. Los. Zu der Hütte schaffen wir es doch. Es wird immer... Oh man. Ich will hier auch direkt zu der Hütte gehen, aber komm. Oh man. Alright. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ihr seid.